Hallihallo und willkommen zurück zum Let's Play Sengen Kobasara mit mir, dem Leviathan 2. Wir machen jetzt heute weiter. Wir gehen gegen Yoshiaki. Keine Ahnung, was wir von ihm wollen, aber... Naja... I shall call down a rain of fire upon these lands. Sagen wir einfach mal, totale Zerstörung. Das sollte eigentlich Grund genug sein. Ich hätte mir fast gewünscht, dass Hideaki hier aufgeräumt hätte, aber... Naja... Man kann nicht alles die anderen machen lassen. So, Siege Facedo Castle. Soll ich mich für die Schiffe interessieren, die ich hier habe? Für den Tag, dass du wieder diese Welt regeln würdest. Arschkriecher. So. Jetzt kommen wieder unsere Boote ins Spiel. Ja. Rette die Boote. Zerstöre die Gegner. Ich werde den Rücken nehmen und attacke ihre Hauptsitzung von drüben! Ja. Ja. Kann ich es jetzt aufladen? Nee. Ja, das kommt halt wirklich auf die Neben drauf an. Naja. Wir sollten vielleicht hier die Kanonen ausschalten. Ja. Die Kanonen. Gut, ihr habt das Wasser getroffen. Ich mag nicht die Schöne von diesem Schiff. Lange den super sonorischen Schiffkabern. Geh das, ihr Mariner-Beans! So, komm, ich stirb schnell, dann habe ich hier Ruhe mit meinem Schiffkabern. Ein paar Diener? Ein paar Diener? Die Bombing ist stoppt. Kontinue fort! So gut. Ist das ihn? Der Dämon-Krug, der so viele unserer Kameraden schlagt? Ja, das ist er. Der Wassergarten ist kaputt. Oh, ja, war ich zu langsam, hm? Ich habe mir noch keine Chance. So werde ich nie erfahren, was die Schüsse noch für Fähigkeiten haben. Jetzt sind die Schleusen offen. Jetzt? Jetzt wird sie wieder Garnier holen. So, dann einfach hier doch schnell. Sollen unsere Boote doch verbombt werden. Wenn sie nicht ein bisschen warten können. Nope. Wir sind hinten drin und da ist... ...miss ist der Auto dahin gewesen. Wo? Ach ja, dort stimmt. Immer mehr egal. Hä? Immer mehr Leute haben die Garnier. Ja. Ja. So. Und weiter. Tja. Kann geschehen. So. Jetzt müssen wir den hier so schnell wie möglich töten. Boom. 700 Schläge ausgetackt. Und? Kommt mein Schiff durch? Wahrscheinlich. Super Roaring Rapid Gates opened. Ah, da können wir extra Sekunden gewinnen, indem wir so viele Leute umbringen. Jaja. Eigentlich ist es ja keine gute Idee, dass wir es nicht machen und nur bei dem Boss in diesen Zeitlupe einzig setzen. Weil grundsätzlich kann man ja mehr Zeit gewinnen, indem man während dem Zeitlupe-Modus mehr Gegner tötet. Aber, ja. Ich sag einfach, bei Bossen ist der Nutzen einfach größer, auch wenn die Zeit selbst nicht zu lange ist. Ach, mein Rausch ist vorbeigegangen. Ich bin schon fast traurig. Ich würde das mit dem Fallenschirm fast grausam nennen. Äh. Naja. Wenn ich ja nicht der Dämonenkönig wäre. Ich glaube, ich habe immer noch keinen Schlag eingesteckt. Oder sonst habe ich ihn gerade wieder weggehalten. Was für ein schöner Schuss. Er ist nicht menschlich. Er ist noch nie gekommen. Ja, am Leben bin ich schon. Nicht auf die Art und Weise, wie ihr es versteht, aber... Nur weil ich einmal gestorben bin, heißt das doch nicht, dass ich tot bin. Riech in der Angstlupe. Und deine Reise in die Angstlupe. So. Dann hier oben noch eins. Noch eine kleine Festung und dann können wir schon bald zu Yoshiaki gehen. Ja. Es ist wirklich ein Kumpel, um so eine aufzuhörende Subordinate zu haben. Du. Mein Schiff kam an. Gut gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff überhaupt sterben kann. Jeder, vorbereiten um die Anwärtsgericht zu schützen. Wäre mir zumindest noch nie passiert. Wäre mir zumindest noch nie passiert. Das ist es dann. Diese Welt der menschlichen Menschen zu schütten, wird sich um die Anwärts zu sein. Wie einfach das geht, wenn du die Narrow 4 einsetzt. Ich glaube nicht, dass wir sie können, um sie zu schützen. Naja. Auch ohne meine Leute hätte ich nicht in der Lage mich zu schützen. Sieben. Weil, naja, meine Männer bringen ja wirklich nicht so viel. Ich bin dankbar, dass ich so zu schützen kann. Naja, du bist der Verursacher. Ja. Oh. Gratulation. Da hätte ich jetzt gesagt, dass ich den Schatzton-Typen sicher voll erwischt hätte, aber... ...so Viking-Dosch ist dann doch nicht. Oh. Ähm, Viereck, nein. Dreieck? Nee. Dann springen. Oh ja. You can't escape. So viel zur Grausamkeit des Dämonen-Königs. Wir gehen hier einfach durch. All right, everyone. I'll be taking over from here. All right. Knowing who I am, you still dare to stand in my way. Just name your reward and you shall have it within a reasonable price range, of course. Wie wär's mit all eurem Leben? Was wär's, was wär's, was wär's mit dem Feld? Ach, vielleicht seid ich vom Pferd runter. Das war die sehr beeindruckende Aussage. Die könnten einfach nichts mir entgegensetzen. Ja, keine Angst, das ist ziemlich bald. So, ein bisschen die Kleinen hier. Ich glaub, äh, Nobunaga interessiert sich nicht für Sandalen. Aber, mal schauen. So. Ja, ist eindeutig deine letzte Schlacht. Hast du jetzt wirklich mal auf Truppen zu holen? Auch wieder so ein Level, wo man unglaublich schnell, äh, einen Haufen Leute tötet. So lange geht die Schlacht noch gar nicht, hab ich zumindest das Gefühl. Aber, gestorben sind schon genug. Ist es wirklich nötig, dass es noch mehr Verletzte gibt? Ja, ist es. Wurde ich immer noch nicht getroffen? Das ist schon lachhaft. Ich muss mich ein bisschen von Yoshiaki... ...abstechen lassen. Damit ich da noch die verschiedenen Schüsse ansehen darf. Aber wahrscheinlich habe ich dafür ein bisschen viel Leben. So, der Pate ist geöffnet. Der Pate. Der Pate. Der Pate. Der Pate wurde geöffnet. Ah, doch, dann ist mein Schiff angekommen. Nichts! Es ist geöffnet. Ich will ihn in Penguin. ..... ... Oh! Daran , would you . Dafür, can't I but not. Der ist, äh, ohne meine Hilfe so in den Boden gestampft worden. Ok, geht your los! Meine Truppenführer und Leute mit Namen. Ach Gott, was für Weiche. Das ist nur Yoshiaki, der hat mehr Angst vor euch als ihr vor ihm. Mir gefällt sein Schwert. Nur zum Stechen da. Möchtest du jetzt bitte ein bisschen Schaden machen? Oh, wow. Ich kann höher springen. Komm, schlagen wir es hin. Hat sich mein Schuss schon verändert. Wenn du meinst. Ja, ich weiß, Konter. Du hast mich nicht mal getroffen, du Hirsch. Oder Wiesel. Danke. Habe ich jetzt was? Nö, der Schuss ist immer noch gleich. Schlag mich. Ja, komm, nimm mir noch. Jetzt doch. Yoshiaki, schlag mich! Ja, also, halbe Leben. Heißt das, mein Schuss sieht jetzt anders aus? Nicht wirklich, ja? Also, komm, noch mal ein bisschen mehr Schaden. So. Weniger als ein Drittel. Ich habe noch nicht. Gut, dann bring mich in den roten Bereich. Bring mich in den roten Bereich. Bring mich in den roten Bereich. Das ist nicht der roten Bereich. Das ist auch nicht der rote Bereich. Dein größter Angst geht auf die Erde. Das ist der rote Bereich. Heißt das, das ist jetzt der Schuss? Das heißt, ich... Oh ja, jetzt ist der lustiger. Idiot. Ist er? Mach in der Nähe. Ach, ne? Das ist ein Idiot war doch nicht. Naja. Stirb. Naja. Also, der Schuss ist wirklich genial, wenn man kaum mehr Leben hat, aber... Es ist nicht wert, auf so wenige Leben hin und geprügelt zu werden. Naja. Aber immerhin haben wir es gesehen. Niemand kann sagen, ich habe nicht gezeigt, wie es aussieht, wenn man damit fast ohne Leben... Äh... Wenn man damit fast ohne Leben den Schuss einsetzt. Obwohl, ich glaube, mich hat es am meisten von uns allen interessiert. So. Dann sollte jetzt die finale Schlacht folgen. Gegen Hideaki. Obwohl, naja... Hideaki ist nicht die finale Schlacht. Außer, dass es dir irgendein Choke-Chapter... Ein Witz-Kapitel. Lord Nobunaga. Do you know who I am? Regardless of what you may think of me, know that I have been waiting for you. Please grant me an audience. I have laid a path of corpses for your feet to tread upon as you make your way to me. Oh, dann geht's gegen den Tenkai. Das wäre mein Zweitlieblings-Charakter zum Spielen. Von denen, die man noch nicht spielen kann. Nehmen wir die versenkte Erde. Aber ja, man kann ihn nicht spielen. Leider, leider, leider. Gut, wie auch immer. Ich würde sagen, das war's für heute. Ich hoffe, ihr schaltet im nächsten Part auch wieder ein, wenn wir die im Finale der Nobunaga-Story entgegenschreiten. Und ja, in diesem Sinne hoffentlich bis zum nächsten Mal.